Marco geht mal schnell sprinten Wir spielen wahrscheinlich in 7-3, 7-4 oder so Ich hab 7-4 an Ja, das war das Wir spielen hier richtig schön defensiv, ja? Ach, komm John Erstmal killfischen Wir haben einen Arcane dabei Warte, warte, zurück, zurück, zurück 5-3, spielen mit Purge 6-3, 6-3, sie spielen mit Purge, ja, Verini? Ja Nicht gut für meinen Energy Nee, möglichst oft Energy benutzen So, wir haben da Holy Curse, Holy, Holy Stuff Bitte den Holy killen Ich purge den, die Pieke durch, die sind nur 4 Keine Pieke, so ein Scheiß, ich carry einen Caller Kommt wahrscheinlich gleich was von hinten Geben wir mal ein Target, geben wir mal ein Target Hier den Carrion Nein, der ist unsichtbar Auf den Cursed Hinter uns wurde getappt, zurück, 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 zurück Hinter uns wurde getappt Komm, 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 komm Geh nach hinten tappen Tabos tappt mal hinten Ja, klar Und wir machen wieder Druck Manner recken, pierren die? Jo, mach ich, ich gau' denen die Buffs Und nicht so ins Zelt reindrucken Bleib einfach da hinten, Tabos So, ja Target, man, Target Ja, ich mach ja noch, jetzt war ein bisschen Damage auf alles Cursed Hier ist ein Claymore dahinten Cursed, das sind Bubble Cursed, das ist ultra low Holy, holy Back, 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 back Back, 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 Zelt Zurück, zurück, Marco Achtung, jetzt kommt die Claymore Der ist bei euch Ja, Claymore ist bei uns Ja, mit 5 Marco ist ja gar nicht, wenn ich da Blades geben soll Ja, mein Mana kann besser sein Geht mal auf die Cursed bitte No Cursed Geiler krieg Cursed Mach hinten die Claymore, mach hinten einen Claymore Sascha aufpassen, Sascha aufpassen Frank ist drin Der F-Culte Hier, 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 hier Jungs, ihr müsst was killen Der Cursed, der Cursed, der Cursed Okay Sascha, pass auf, pass auf, pass auf Pass auf Sascha, pass auf, pass auf Hier, 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 lauf, 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 lauf Ja, könnt denn... Lauf, 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 lauf Hoch, haut, 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 haut Raus, da, raus, da, raus, da, raus Ich bin out of Mana Ja, zurück, 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 zurück Zurück, zurück, zurück Marco, zurück Wir müssen Marco supporten Marco supporten Kann nix mehr Kann mir Höchstluss die Blades geben, dass die anderen geschwächt werden Ich hab nix mehr dran Back, 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 weiter zurück, weiter zurück Der Fokus ist total scheiße vorne Vorne muss einer von den Stoffis sterben. Vorne muss einer sterben. Die Zerbken jetzt vorne. Ja, kein Problem, kein Problem. Es muss einer sterben vorne. Die haben halt nur einen Stoffi. Ja, na dann killt irgendwie einen von den Lederträgern. Drauf geschissen. Noch so einen. Nee, zurück, zurück, zurück. Keiner hat keine Energie. Ihr seid in it for life. Was ist das für ein Claymarch? Das ist ein Lederträger. Das ist ein Lederträger. Die beiden Assassin's Chest. Dort einfach die Frontliner. Dort einfach die Frontliner. Sascha kann hinten Druck machen. Da kann sobald er drei Dots hat, dann... Sascha macht vorne, Stack vorne hoch und dann gehst du nach hinten und executest. Ja. Ready? Ja. Los geht's. Heiltränke sind raus, denkt dran. Ich darf mal den Claymarch holen. Mach mal da vorne. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Auf den Holy, auf den Holy. Wahrscheinlich zu viel. Oh, hier müssen wir... Holy, 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 holy. Die ist da raus, die ist da raus. Auf den Carrion. Guck mal, vorne der Holy. Vor die, vor die, vor die, vor die, vor die, vor die, vor die. Ah. Vorne der Holy. Geht mal volle Kanne auf den Holy, bitte. Mann, da weg. Sascha, geh mal volle Kanne nach vorne rein, auf den Holy. Mit drauf. Weiter, 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 weiter. Zurück, und zurück, und zurück, und zurück. Switch auf den, switch auf den. Tarbus war auch wieder hoch zu uns allen. Switch auf den anderen. Raus, 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 raus. Den Cursed. Den Block. Ja. Heilung wird low. Ich krieg damage, ich krieg damage. Claymarch Ultra low. Und alle. Okay, back, 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 back. Ich geh hinten, tappen. Tabus, 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 zurück. Könnt ihr doten? Mana regen, mana regen, mana regen, mana regen. Ein bisschen zonen, ein bisschen zonen, ein bisschen zonen, so schick's. Und damage, und damage, 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 damage. Und weiter, und weiter, und weiter. Und macht den Holy, macht den Holy, holi wieder macht den holi wieder weg 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 wir sind gleich wieder im zelt ok ok mana regt man regt man regt wir nicht cool und abwarten tecke vorne weggefallen boli permanent super viel mana ihr müsst das wünschen ja ihr müsst ruhig ein bisschen so und damit spachen und das mit holi hat krasse probleme alles zu halten max damage einfach egal auf was hauptsache damage die ganze zeit hier das spielt mit der kugel und weiter 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 und zurück und zurück 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 und zurück zurück auf zurück 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 ganz weit zurück ganz weit zurück ganz weit zurück aber die sind am zelt das macht keinen sinn einfach nur halten er musste erst alle voll heilen wir haben doch zeit wir haben noch zeit er muss sich selber erst mal wieder hoch heilen ist halt klar ich halte nur zeit in dem ich da weiter der mensch machen okay und los und rausha und rausha und rausha und rausha wo ist der scheiß hauli was auch und wieder zurück und wieder zurück hinten hinten des du trotz und weiter machte macht druck macht druck ich hab kein mana mehr ich hab kein mana mehr kann nur schielen ich kann und zurück alle waren zurück marka zurück marka zurück und hier unten und unten der carry crawler ach man können wir weiter damit druck 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 weiter druck auf die lokalen wir müssen langsam zurück ihr seid einfach voll fail druck gemacht da das war richtig schlecht ihr müsst ja weiter in die frontline reingehen und druck machen sascha kommt wieder das kommt ok weiter druck druck ausweichen 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 und los und geht weiter und geht weiter und geht weiter und geht weiter oh die haben dual source aber das muss noch einer sagen ja jahre hat jetzt dort zogen drei kom 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 Da oben, Dualswords, 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 oben, Curse, links, Curse, Tabos, Curse. Ja, ja, Wind, ja. Und back, 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 back. Und guck mal, die Dualswords, die Dualswords, die Dualswords, die Dualswords, geh rein, Kalle. Achso. Ja, ist egal. Back, 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 Mana recken, Mana recken, ganz viel Mana. Ganz viel Mana. Mal ranblinken und tappen. Ja. Wir brauchen jetzt richtig viel Mana, erstmal klar. Und auch ein bisschen safer spielen. Wir müssen die gar nicht so ins Zelt reindrücken. Wechsel gerade mal B. Die Kills müssen besser stimmen. Ja, bleib doch mal locker, wir gewinnen das doch ganz. Einfach mal ein bisschen chill da bleiben. Ja, ja, einfach retappen. Einfach retappen. Ich zone hier oben ein bisschen. Ja, ich bleib oben. Ich mach das, bleibt du wieder. Hier oben. Ah Gott, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Der ist dann auf dem Da, jawohl, der geht nach oben. Wir brauchen dich. Ja, komm hin. Und los geht's, los geht's, los geht's. Achtung. Ich bin auf dem Cursed. Und rein, rein, rein. Das ist der Arcane. Cursed is Purge. Okay, switch, switch, switch. Dort, bitte den Arcane. Dort, bitte den Arcane. Dort, bitte den Arcane. Cursed, 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 Cursed. Dort hat den Arcane, bitte. Ich bin nicht bei euch. Komm jetzt. Okay, okay, okay. Dann hast du dich getappt. Hast du denn, wurde da unten wieder getappt? Ja. Hol mal zurück. Und er rennt da noch rum. Gib mir ein Target, gib mir ein Target. Ah, cool. Ich bin auf dem Cursed. Cursed, Cursed. Wir reden, die hat ab. Holy, holy. Wir stehen vor wieder halb im Kanzelt drin. Guck mal hin. Ich hab keinen Mana. Ich hab keinen Mana. Ich hab keinen Mana. Ich krieg das nicht getappt. Da stelle ich schon live bei uns. Okay, so schick's zurück. So schick's. Ja. Marco, geh mal. Marco, kannst du One-on-One spielen? Wer ist denn da? Ja, der ist da. Mach mal Druck. Du ist halt jetzt. Du ist halt. Ich hab keinen Mana mehr. Keinen Mana mehr? Okay. Tabos, wir brauchen dich. Tabos, wir brauchen dich. Wir reden dir auch gleich. Out of Mana. Und jetzt do it, 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 do it. Renn rein, Marco, jetzt. Von hinten kommt einer Stealth. Do it, do it, do it, do it, do it. Weiter, 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 weiter. Ich hab keinen Mana für irgendwas. Ah, ich hab keinen Mana mehr. Auf den Holy, Holy, Holy. Hinten kommt der Acker. Wir brauchen hinten ein bisschen Hilfe, Leute. Cursed, mach die Cursed. Zurück, 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 zurück. Ich bin... Sobald der Holy nach vorne kommt, wieder den Holy. Und jetzt auf volle Kanne können wir durchsprinten. Auf den Holy, auf den Holy, durchsprinten. Auf den Holy, durchsprinten. Ich bin drauf. Ich bin gleich out of Mana, Leute. Holy stirbt, Holy stirbt. Na, fuck, der lebt. Der Holy down. Verindy braucht Hilfe. Heiltrank, Verindy, weiter, 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 weiter. Okay, okay, okay. Ich muss nach hinten. Ich bin total low. Äh, komm nicht an dich ran. Ich komm nicht an dich ran. Ich komm nicht an dich ran. Ich komm nicht an dich ran. Geh nach unten, weg, nach unten, Sascha. Nach unten, nach unten. Weg. Ja. Und jetzt rein, 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 Tavos. Mach damage, mach damage, von dir. Damage, 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 damage. Hey, geh daun, so. Wann im Bukai lang. Komm, du ish, du ish, du ish. Ja, bin drauf. Den Curves, der Curves, der ship mit drüben. Da muss man was umfall. Da muss man was umfall. Ja, der Curves, der Curves, der Curves. Komm, die gehen jetzt down da. Hat Eisblock noch. Weiter, 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 weiter. Ich bin down. Mach die Flöten down. Okay, okay, okay. Und der lootert mich jetzt. Ja, kein Problem, weiter. Ja, ja. Jungs, es geht nichts down. Back, alle back, alle back, alle back, Sascha, alle back. Du kannst nicht einfach wegrennen, wenn wir vorne Druck machen. Ich war kurz hinten bei Tavos. Ja. Go, go, alle, alle zurück, alle zurück. Super schlecht, der Fokus ist richtig scheiße. Die tappen. Tavos, kannst du nach oben gehen? Ein bisschen schneller equippen, bitte. Mach Druck auf die Piller, mach Druck auf die Piller, bitte. Gleich ist er da. Ich hoffe jetzt, ja. Harko, pass auf. Die Duel Swords. Die sind unsichtbar. Jetzt auf den Healer switchen. Du ist, du ist, du ist, du ist, du ist. Healer, Healer, Healer. Oh Mann, Alter. Was zur Hölle? Ich hab noch Cooldown. Die Duel Swords, könnt ihr durchgehen auf die Duel Swords, bitte. Bitte durchgehen, bitte durchgehen. Healer, 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 Healer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich brauch Heal, ich brauch Heal. Den Curse, Curse, Curse. Ich hab Cooldown. Kommt der da ran, kommt der da ran. Bitte den Arcane und Arcane und Arcane. Arcane, 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 Arcane. Arcane, 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 wir brauchen deine Hilfe. Kommt, der stirbt, yes. Oh, weg, 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 weg. Scheiß auf das Gear, scheiß auf das Gear, scheiß auf das Gear. Hinten tappen, 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 hinten. Marco, wo bist du vor mir? Ach ne, da geht schon einer. Wer ist denn da am tappen? Herr Tavos, aber geht da vorne, da kommt der andere runter gleich wieder. Dass der mir nicht runter bricht. Ja, passt, passt. Okay, wir müssen jetzt hier unten. Wir kämpfen jetzt hier ganz im Süden. So, Jungs, bitte, da muss was da umgehen. Die Switches sind gut, ja? Einfach immer erst eine Idee, kaputt hauen, dann sofort auf den Healer switchen, dass der nicht zum Hochhallen kommt. Ja. Ich gehe auf Beam, warte. Interrupten, 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 interrupten. Interrupt. Ich muss richtig Damage machen, okay. Oben wird auch getappt, ich interrupt. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Stag mal hoch, Sascha. Stag mal hoch, stag hoch, ich hab ein Beam, ich hab ein Beam. Und go, 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 auf irgendwas, auf irgendwas. Dealer. Oh, das ist zu wenig Schaden. Zurück, zurück, zurück. Tabos kümmert sich nur hinten, ja? Ja, ja. Ready? Prost. Ach, Mann. Er sagt Bescheid, wenn der 5 dabei ist. Alles gut, alles gut, alles gut. Ach, scheiße. Pass auf, Sascha, pass auf, pass auf, pass auf. Sascha, hast du ready? Noch nicht. Stag mal hoch, sag mal Bescheid. Er wird gepurged. Wir gehen gleich out of Mana. Wir haben Agro. Er wird gepurged, er wird gepurged. Okay, wir haben 5 dabei uns, 5 dabei uns. Ich mach Mana weg. Gebt mir mal, gebt mir mal irgendwas zum Beam. Wir haben Pott drin. Scheiße, Beam war scheiße, Alter. Ich geh oben tappen. Bitte regroup, regroup, regroup. den linken Pillar halten. Den linken Pillar müssen wir unbedingt halten. Aber es kommt zurück. Ja, ja, komm schon. Ich hab ein Port gesorgt. Beim linken Pillar unter Interrupten, ja. Ja. Ja, wisst ich. Einfach nur Interrupten. Ja, ich hab einmal, jetzt muss ich haben. Alter, was, Sascha, geh mal rein, Interrupten. Ab. Ich bin komplett out of Mana, rec jetzt. Oh, ihr habt schon gebrochen, Mann, Alter. Doch nur das. Ich hab doch Cooldown, ich hab doch Cooldown. So, wir müssen wieder Druck machen. Gib mir mal ein Target. Uli. Wie viele sind denn da? Wie viele sind denn da? Oben wird getappt, oben wird getappt. Ich darf dein Vulkan auswitchen. Ja, ja. Total krank, Mann. Hier oben ist, oben ist getappt. Du musst rechts supporten. Könnt ihr tappen, könnt ihr tappen? Hinten wird getappt. Der Healer, der Healer ist hinten drauf. Hättest du da getappt? Nein, noch nicht. Gib mir eine Antwort, verdammte Scheiße, wenn ich was sage. Nein. Ich muss gleich Mana recken. Jungs, ich bin hier hinten am Tap Interrupten. Das ist halt übelst fail. Marco. Mann, Alter. Ja, ich komme nach hinten. Das ist ein Carrioncrawler hier. So, wir müssen jetzt Druck machen. Es sind nur noch 8 Punkte. Wenn wir 2 von uns sterben, dann ist er am Arsch. Sascha, jetzt geh mal da rein. Geh mal da rein. Mach mal richtig Druck. Mach mal richtig Druck jetzt. Los. Go, 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 go. Ist er wieder bei euch? Tabor, du musst damage machen. Tabor, du musst damage machen. Komm da vorne, bitte. Wir rindige tappen, wir rindige tappen. Tabor, es kommt nach vorne. Wir rindige tappen, wir rindige tappen. Der tappt hinten, Marco Art, der tappt hinten. Mann, Alter. Er hat dann gesagt, dass du wieder herkommen sollst, ey. Du hast gesagt, komm nach vorne, Mann. Ja, so schieb soll nach vorne kommen. Ach Mann, das ist so fail. Wie sollst du jetzt da hinten das Ding halten? Ja. Dann sag mir halt nicht, komm nach vorne. Ja, ich hab nicht dir. Ich hab Sascha gesagt. Sascha soll nach vorne kommen.